Oh mein Gott, ich bin blind wie eine Blindschleiche. Ich kann nicht das Geringste sehen. Das ist aber jammerschade. Sie werden meinen großen Auftritt verpassen. Ich zeige Ihnen jetzt einen Familientrick. Er ist über Generationen hinweg vererbt worden. Und das seit Jahrhunderten. Der doppelte Reifenrittberger. Musik, Musik! Wow, das muss das Pelikan-Riff sein. Wahnsinn, wir sind gesegnet. Gesegnet? Das ist was anderes. Der frühe Woody Allen war mit witzigen Einfällen gesegnet. Ich persönlich bin eher ein Freund des Plumpen-Scherzes. Kennt ihr den mit der übergroßen Puderquaste? Make-up! So was ist witzig. Musikalische Brücke? Weißt du was? Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich mir eine eigene Religion suchen. Die Frage ist nur, welche... Wie wäre es mit einem kleinen Liedchen, während Sie nachdenken? Hau rein! Vater unser, der du bist im Himmel. Vater unser, der du... Oh, Herr im Himmel, wie geht denn der Text jetzt weiter? Spiel einfach irgendwas. Guten Abend, ich bin Diane Simmons und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Koroks' fünften Talentwettbewerb. Ich bitte um einen großen Applaus für unseren ersten Künstler. There's no mustache like my father's mustache. That's the biggest mustache in town. Musikbrücke, Johnny! Mitwunsch! Ihr seid jetzt beide in der Armee. Wir sind be... Äh, was? Das ist doch lächerlich. Ich sag dir, was lächerlich ist. Der deutsche Kaiser, den sollten wir uns mal vornehmen. Rüber, wir kommen rüber und ziehen dem Kaiser 1 über die Rübe drüber. Und Werbung! Verdammt, Zwischenmusik, Johnny! Musik, Johnny! Okay, Sie sind tot. Alles klar? Wir werden Sie niemals wiedersehen. Und ich werde daran festhalten, auch wenn mir niemand glaubt. Ich sag dir, woran niemand glaubt. An Geister! Wo ging Robinson Crusoe hin mit Freitag am Samstagabend? Ha! Verdammt, Johnny, nicht abbrechen! Bestimmt fragt ihr, wieso ist er in der Hölle? Johnny mochte kleine Jungs. Das war's.